hallo leute ganz herzlich willkommen zu einem neuen vlog auf meinem kanal ich bin gerade in ungarn am palaton ich war schon gerade duschen und habe meine haare gewaschen und jetzt gehen wir gleich zu kosmetikerin und zwei wimpern färben und ich freue mich hier sind auch noch mal meine wimpern man sieht nicht wirklich unterschied aber ganz kleines bisschen sieht man es gar nicht jetzt mache ich mich gleich fertig und gehen auch schon zum sehen so leute das ist jetzt mein outfit ich habe schon mein bikini an dann noch meine kleine tasche dann hier noch meine kappe ganz wichtig dann habe ich hier noch mal so eine tasche dabei sind zum wechselklamotten drin hier meine buch das ist so gut ich hier noch so ein ungarisches spiel hier hallo leute ich habe jetzt gegessen und bin jetzt hier in meinem zimmer und bearbeite gerade so bilder mit pro create zum beispiel so überschritten das macht spaß heute ich habe mich jetzt umgezogen ja mein ok mein sport t shirt so eine kurze hose und meine laufschuhe jetzt werde ich laufen gehen fünf kilometer gelaufen diese die ganze berge so hoch und runter und runter geht aber hoch ist als streng fertig und hier sind auch die ganze hunde ich habe so achse verdient ich habe die ganze zeit angst dass die auf jeden Fall zu bringen oder bin ich sofort weg gerade einmal naja und mein orientierungssinn ist auch nicht so gut ich hoffe dass ich nach hause bin aber ja ja das geht also wie ich essen wie Das ist jetzt schon ein bisschen später. Konori hat meine Haare, ist dann auch ein bisschen das, aber es ist mein Outfit. Wir gehen gleich auf so ein Partyboot. Wir gehen gleich auf so ein Partyboot. Guten Morgen, das ist mein Outfit, The Day. Wir haben jetzt schon gerade gefrühstückt und gehen jetzt wieder ansehen. Leute, wir haben jetzt gerade gegessen. Und so waren wir einfach. Ich gleich gehen dann in die Kirche oder so. Aber vorher gehe ich gleich nochmal ins Wasser. Und dann will ich auch noch auf meinen Handschuhnstück so ein bisschen was machen. Ich glaube, wir haben jetzt schon wieder ansehen. 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 Ja. Ich glaube, wir sind jetzt schon wieder ansehen. Ich darf nicht mehr ansehen. Oh, yeah, yeah, need your love, yeah, yeah, yeah Go, 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 yeah, she's your cross This is so close What? Oh, yeah, 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 yeah So, dann würde ich diesen Vlog auch mal beenden. Aber bevor ich das tue, werde ich noch jemanden grüßen. Und zwar Megine Ovadia. Denn sie hat mir einen ganz lieben Kommentar geschrieben. Danke dafür. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bye!